Ich bin gehypt auf dieses Spiel. Oder, was weiß ich, wie das... Ob man ein Spiel betiteln kann? Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online. Ganz viele alte Spiele sind hier. Ich werde hoffentlich alle durchspielen. Ich bin wirklich gehypt. Es gab sogar... Wann mal, welches Level... Irgendein Kirby-Spiel war das. Ich glaube sogar das, ich bin nicht sicher. Meine Mama, die hat den Game Boy gehabt. Und als ich klein war, habe ich noch manchmal damit gespielt. Oder ich immer noch. Und auf jeden Fall... Da gab es einen Kirby und das habe ich gespielt. Und da bin ich nie weitergekommen. Wenn wir wieder da sind, dann werde ich es ja vielleicht wieder erkennen können. Ja. Und ich habe schon das gesehen. Ähm, ne? The Lost Levels. Davon habe ich nichts so Gutes gehört. Und Sachen... Ne? Na, auf jeden Fall... Ich möchte mich damit nicht nur an diese junge Zielgruppe richten, sondern... Das ist jetzt allgemein so eine Zielgruppe, die für jeden irgendwie geeignet ist. Weil da sind so alte Spiele und... Das ist jetzt nicht so wie PS4, PS3, PS2, PS1 oder Xbox 360 und so weiter. Ähm, die keine Vergangenheit hatten. Ähm, Nintendo hatte eine Vergangenheit. Äh, ne? Jeder hatte früher Nintendo fast, ey. Jeder. Äh, fast schon die einzige Konsole. Ne? Ja. Dann würde ich sagen, starten wir mal rein. In the original Donkey Kong 3... 3? 3? 3... Arcade Classic Series... Nintendo Entertainment System. 1984. Ich danke... Ich muss aber jetzt mal gucken, was man hier machen muss. Äh... Äh... Geh weg! Muss man diese Fien hier töten? Geh weg! Hä? Was ist? Hä, ich kann... Achso, ich kann springen. Oh, ich bin gestorben. Hä? Ich verstehe das Spiel irgendwie nicht. Also, wenn ich bei ihm ein Spiel gar nicht mehr weiter weiß, dann werde ich es halt skippen, aber... ...möchte ich eigentlich eher weniger... Und hä? Oh, da hä? Was ist das für ein Spiel? Das ist der Donkey Kong. Oh, ich muss ihn in den Arsch schließen, oder? Ich versuch's jetzt ein. Habe ich ihn jetzt im Leben abgezogen? Oh! Oh! Oh, man muss den Alphen in den Arsch schließen. Habe ich auch neulich gesehen. Oh, sie muss mal... Oh mein Gott, es geht noch weiter. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, ob das das Prinzip des Spiels ist, aber... Ach so! Was? Hä? Wo muss ich denn jetzt runter... Hä? Warum ist er denn jetzt runtergefallen? Warum das denn? Und was ist das überhaupt für ein Spiel? Okay, jetzt schieß ich ihn in den Arsch, sonst passiert nichts. Hä? Hä? Was? Was? Ich bin gestorben! Was kann das denn sein? Bam, 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 bam. Jetzt habe ich mir den Leben abgezogen, oder? Oder muss ich diese, diese, oh, was, was? Ach, die haben mir Blumen geklaut. Ach, ne, das, ach so, die klauen mit Blumen. Nicht nach oben. Alter, was ist das für ein komisches Spiel? Oh, das war gut. Okay, wenn ich schon beim ersten Level nicht klarkomme. Aber dieser Wurm da... Was? Was muss ich in dem Level machen? Im Spiel. Muss ich einfach nur aushalten? Mach' ich. Ey, du Wurm. Regen. Regen Wurm. Stirb, 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 stirb du Fliege. Stirb du Fliege. Was? Na. Was muss ich da machen? Ach, wa... Warte mal. Ach, ach, Donkey Kong ist kein Gegner? Oh mein Gott, der Hallo, das wusste ich nicht. Oh, das Spiel heißt Donkey Kong. Nein, nein, lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn weiter nach oben. Komm, nein. Okay, ich glaube, wir haben ihn nur gesehen. Tut mir leid, dass ich das Spiel nicht kann. Aber dann spielen wir halt dieses hier. Ähm, wie heißt das? Tecmo... Malfree... 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 Bomb? Okay. Okay, ich bin diese... Ach so! Wann mal. Wo muss ich... Muss ich alle von diesen komischen Kisten da einsammeln? Jetzt... Herr, wo bin ich? Äh... Äh... Ach so! Ach so, verstehe. Ich muss jetzt alle von diesen Kisten einsammeln. Ach nee, ich muss... Ich... Ich muss jetzt eine... Startruhe... Wow! Alter... Was sind da für Vögel? Verschwindet... Was mache ich? Was mache ich? Wo mache ich ihn? Oh ja! Oh ja! Muss ich jetzt auf die Dra... Was? Ich bin da nur auf seinen Kopf geforscht. Hä? Okay, aber das Spiel macht mir wesentlich mehr Spaß. Muss ich... Wirklich... Sagen! Ach, die Burgen sind gut! Aber wie kommt man denn nach da oben? Was? Was habe ich jetzt gemacht? Was? Ach, man... Wann mal? Ich muss... Wann mal? Ich muss... Was? Was? Der Bombe war am Gegner? Wollte mich... Was? Ach... schaffen ach so von oben kommen so oder so die ganze zeit gegner was weiß die bombe gar nicht die bomben sind so eine art münzen auch da oben da oben ja wir haben es schnell geschafft müssen wir die ganzen bomben einsetzen und was ist eine böse und so weil die schleudert eine hoch und man kann ja ganz hoch was ich bin ich bin es gewöhnt auf kappe zu springen weil mario aber sollte man hin schicken dass es nicht mario ist weil ich meine man kann keine stampfattacke machen mir stört es dass man nicht durch diese kisten durchlaufen kann diese monster aber schon warum man warum sind die jetzt alle im fässern warum hallo ja und meint alter alter nein nein das kann nicht sein Ach nee. Schade. Ach man, wir waren so weit. Das kann doch nicht sein. 1989. Wow! Alter! Mumie. Ich glaube das sind Mumie, oder? Wow! Was? Kann doch nicht sein. Ich kann kotzen. Sollen jetzt bitte nicht sterben? Ja. Werden die in den Kisten zu Fliegedingern? Ich kann mich mit dem Spiel nicht so gut aus. Ich habe auch noch nie Let's Plays geguckt. Die meisten Spiele kannte ich noch gar nicht. Ne, kannte, kenne ich immer noch nicht. Die meisten habe ich ja noch nicht ge... Oh. Ich habe einen Stern. Oder sowas. Huh. Geht weg. Geht weeeeg. Was? What? What? Spring! Was? 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 Kann ich jetzt da hin? Nein, kann ich nicht. Dieser Vogel, ey, der... Hey. Ich muss noch rein. Nein. Ey, das ist... Alter! Nein! Ich lebe immer... Warte mal. Warte mal. Ich lebe immer noch. Okay. Freie Bahn. Ja. Bitte. Ja. Ich habe die erste Runde geschafft. Es geht aber weiter. Ach, man muss einfach nur nach unten. Aber da kommen auch die ganze Zeit Monster. Wenn einmal ein unerwartetes Monster kommt, das war ja leicht. Och, nein, nein. Bitte nicht schon wieder so ein Sammel alle Bomben. Sag mal, wenn ich jetzt Game Over gehen muss, dann alles nochmal von vorne machen? Ich hoffe nicht. Dann darf ich die anderen? Was? Sag mal bitte Bomben Master. Oh, das Spiel heißt Bomben Master. Ja. Das ist Bomben-Sinn. Da unten. Da liegt eine B-Münze. Ach, das steht für Bombe. Das ist ja bombastisch. Was? Spring! Oh, oh. Was? 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 Ach so! Oh! Das hier! Ja! Oh! Oh! Runde 2 auch geklärt. Wenn wir jetzt einmal fählen, ich glaube, dann müssen wir alles nochmal von vorne machen, ey. Ich hoffe, ich habe keinen Bock. Oh mein! Oh mein! Oh mein! Oh mein, oh mein, oh mein. Oh nein! Oh nein! Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Ah! Ja, hallo! Ja! Kenne ich, ja. Mighty Boneshack. Ach man... Was? Okay, wir müssen alles nochmal von vorne machen. Der Part ist schon, äh, die Folgepart, wie auch immer, Ich will schon an seinem Ende, diese 38 Minuten Folge von Super Mario Maker, das zu schneiden und alles. Und das ruft so lange, es ging auch an meine oder unsere Grenzen. Ich würde sagen, dann verabschiede ich mich hier in diesem Spiel. Und nächstes Mal geht es weiter mit... Nein, nein. Mit... Mit dem hier. Breaking True Entertainment System. Und vielleicht dann auch mit City Connection. Müssen wir mal gucken. Und ja. Tschüss. Oh nein, da ist schon wieder eine Polizei oder eine Krankenwagen. Was auch immer. Lang gefahren. Ist auch her. Tschüss. Warum mache ich das jetzt nicht aus? Immer. Immer. Warum. Immer wenn ich mich verabschiede, muss ich immer noch eine Ex-Hose haben. Immer. Warum ist hier Wario's Wut? Warum. What the. Warum. 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 Hä. Äh. 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 Warum Fußball. Warum. Äh. Warum. Pro Wrestling. Warum Eis Hockey. Oh. Oh mein Gott. Super Mario. Brauchst du nicht bei meiner Brust rein. Und Yoshi und Zelda. Ich bin kein Zelda. Oh nein. Okay. Tschüss. Diesmal wirklich. Wirklich. Hallo. Hallo.